Ja, ich bin jetzt in der Rutschbahn. Bei mir ist Miguel, das ist der Leiter der Rutschbahn und vom Bambuleo und neben mir da ist der Norbert. Norbert ist zuständig bei der Felddienstbrauerei für Portugal und Spanien. Ja, genau so ist. Norbert hat gesagt, weil mein Spanisch nicht ganz so gut ist, der übersetzt eben. Vielen Dank dafür, Norbert, dass du das machst. Kein Problem, sehr gerne. Und kommen wir mit der ersten Frage zu Miguel. Miguel, die erste Frage ist, wie geht es dir jetzt in dieser Corona-Zeit? La pregunta es, ¿cómo estás ahora mismo con Corona? De momento, si es para el trabajo, es que no sabemos nada. Im Moment wissen wir von der Arbeit überhaupt nichts. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Los políticos o la gente que nos tiene que dirigir, no nos dicen nada. No sabemos si abriremos. Podemos abrir dentro de una semana, dentro de dos, tres, no sé. Die Politiker geben momentan keine klare Antwort. Die sagen nicht, ob es in einer Woche aufmachen kannst, in drei Wochen, oder überhaupt aufmachen kannst in dieser Saison. Miguel, hältst du das für möglich, dass man das Bambuleo zumindest aufmachen könnte? Bambuleo tiene el mismo problema que el Rulmak. Esto es una zona, que la tienen como zona... Die Frage ist die, es ist ja nur, die man... Bambuleo es... porque no es discoteca, es otra cosa. Bambuleo es natürlich keine discoteca, aber die Bambuleo es das gleiche wie Rutschbahn. Das heißt, diese Zone ist einfach für die Momentan ein wenig problematisch. Die Frage ist, wie man es, ob man es aufmachen kann, rein rechtlich, und die Frage ist auch, wie man es aufmachen kann. Hast du dir da Gedanken gemacht, wie das von deiner Seite aussehen könnte, damit es aufmachen könnte? Du hast pensado algo, como puede funcionar para ti esto? Pues de momento no, es que no sabemos, que es lo que va a pasar. El problema es que estamos esperando, hoy a una reunión, a ver si podemos... De momento es que tampoco no hay gente para poder abrir. Es es un poco ahora, es que es la incertidumbre que tenemos, la incertidumbre que no sabemos, lo que tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer. Man ist im Prinzip momentan im Blindfluch, man weiß nicht genau, was passieren wird, wie es passieren, was ist, aber irgendwie muss man sich da mal erklären zu. Es ist ja so, die ganzen Mitarbeiter, die jetzt normalerweise hier arbeiten würden, die DJs, Kellner, das Personal, was hier aufbaut, was ist mit denen jetzt? ¿Qué pasa con todos los empleados? Bueno, qué pasa? De momento están en el ERCE, pero la empresa, nosotros, tenemos que pagar la seguridad social de estos trabajadores. Im Moment ist es so, dass sie in Kurzarbeit sind, aber die Geschäfte, das heißt, sowohl hier als auch woanders, müssen die Sozialversicherung bezahlen. Das heißt, es ist ein enormer Kostenapparat, den du betreiben musst, ohne... Entonces hasta qué tiempo, qué tiempo podemos aguantar, porque esto tiene que pagar, pagar, pagar... Die Frage, wie lange kann man das aushalten, alles zu bezahlen und eben nichts einzunehmen. Laufen solche Kosten wie Müllgebühren, Steuern weiter? Los Kostos como Basura y Puestos siguen... Todo, todo, todo... Alles ganz normal weiter. Läuft alles komplett weiter. Todo, 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 todo igual. Y no ayuda, ni nada. Hilfe gibt es ja keine. Also gibt es keine Beratungsstelle vom Rat aus, die sagen, wir versuchen was, damit die Leute wieder an die Arbeit bringen? No hay nadie en el Evitamento para que... No, no, no. No, no, no. Also gibt es ja keine Hilfen nach der... Nada, nada. Cada mescha pagar, 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 pagar... Jeden Monat bezahlen, 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 du hast eben keine Einnahmen. Es ist nicht ganz unkompliziert. Es gibt es ja auch Mallorca Parteien wie die VOX-Partei, die einen anderen Tourismus haben wollen. Die sagen, wir wollen jetzt nicht mehr diesen typischen Ballermann-Tourismus, sondern wir wollen jetzt lieber einen Tourismus, der ruhiger ist. Sie nutzen das ja auch für Demonstrationen am Flughafen und so. Wie wird das gesehen? Die sagen, dass die Leute ganz einfach, die Leute einfach sagen, sie wollen eventuell einen anderen Tourismus, das ist ganz... in Ordnung, nur er sagt, ich habe ja Kunden, die arbeiten seit 30 Jahren hier und dieses Viertel existiert nun mal mit der Attraktion, Rutsch war mit der Attraktion beim Ballet oder Bierkönig oder Megapark, was auch immer. Und das ist das Problem. Das heißt, man darf sich da nicht vertun. Es ist schon hier eine gewisse... ein gewisses Klientel, was genau das sucht. Gut, das sind jetzt ja Minderheiten-Parteien, die das machen, wollen auch nicht zu politisch werden jetzt in der Frage. Die Frage, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, wie ist die Rutschbahn eigentlich entstanden? Wie ist die Rutschbahn eigentlich entstanden? Wie ist dein Prinzip? Aber... Na, wir hatten früher ja noch, wie wir hatten, wir hatten, wir hatten, wie du es wissen, die Rutschbahn abzunehmen. Man konnte, wie wir hatten, die Rutschbahn und die Rutschbahn. Dann hatten wir die Rutschbahn. Wenn wir uns der Rutschbahn abzunehmen, wir hatten uns die Rutschbahn. Aber diese Rutschbahn hat ja 50 Jahre. Ja. Diese Rutschbahn existiert schon seit 50 Jahren. Sie ist auch die älteste auf Mallorca. Die war danach aber nicht mehr in Funktion. Und dadurch, dass die früher, durfte man jetzt 23 oder 24 Stunden aufmachen in der Plattepalma, auch die Musik war nicht begrenzt. Und nachdem man das abgeschlossen hat, hat man sich überlegt, dass wir eventuell noch, für die Leute, die ab 12 Uhr noch Musik hören wollen, eventuell noch runter in den Rutschbahn gehen können und da noch ein bisschen Spaß haben. So ist es entstanden. Es ist ja in den letzten Jahren auch gut angenommen worden. Und das ist so, wenn ich das so beobachte, die einzige Diskothek, wo wirklich auch getanzt und geschwurft wird. Ja, das ist ein Ultimani, das ist der uniker Diskotheker, das ist der Beiland, das ist dann in August. Also, momentan hat man die Idee, wenn man es überhaupt aufmachen will oder kann, dann ist es so, dass an der Bar ab 10 Uhr nicht mehr geliefert werden darf oder nicht mehr serviert werden darf. Und die Tanzfläche muss dann mit Tischen zugestellt werden, dass dann keiner mehr tanzen kann. Dann macht Diskothek relativ wenig Sinn. Es ist ja auch so, dass jetzt gesagt wird, es soll nicht gesungen werden, wenn überhaupt. Es gibt ja so Projekte wie das Münchner Kindle, die so ein bisschen aufhaben, aber das darf ja auch nicht gesungen werden. Da muss man an den Tischen gesetzt werden, es müssen sich Masken aufgesetzt werden, wenn man durch die Reihen geht. Ist das immer so einzuhalten? Kriegt man sowas immer hin, wenn man das jetzt beobachtet? Sie sagen, die Nummer ist Kantari, eine Maske, sie können kontrollieren, ob das gut ist, ist es schwierig oder nicht? Ich habe die Frage. Klar, es ist schwierig. Ich weiß, es ist schwierig. Aber es ist ein Tanzlokal. Also, wenn die Leute nicht kommen können, dann kann man nicht spielen, was passiert? Na ja, das ist ja klar. Man wird sich über Münchner Kindle, das ist halt eben ein ganz anderes Lokal. Ein Kunde von mir, aber ein ganz anderes Lokal. Und da kann man auch sagen, nicht tanzen und nicht dings und keine gute Laune haben. Es ist hier ein Lokal, wo man gute Laune hat. Hier hat es eine Alegria. Und wenn hier keine Gemütlichkeit ist und kein Tanz ist und keine Stimmung ist, dann macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Wenn ich hier keine Tanzen darf, dann ist ja was weg von dem Lokal. Dann macht es ja keinen Sinn. Wenn es nicht gibt, dann gibt es keinen Platz, keinen Stimmung. Miguel, wie wichtig ist das für dich, dass es jetzt bald wieder losgeht? Dass man jetzt wirklich jetzt irgendwann wieder sein Geschäft machen kann. Wie wichtig ist es, dass du das Geschäft bald anbauen kannst? Wichtig ist, dass wir zumindest etwas von den Kosten, die wir jeden Tag anbauen können. Könnte in vernünftigen Art und Weise. Dann könnte ich wissen, einige meiner Kosten in irgendeiner Bezahlen. Wir haben es ja gerade schon gesagt, Müll oder was auch immer. Es geht jetzt nicht um... Das Personal muss arbeiten, sie müssen Geld verdienen. Leute, die haben da schon seit drei Monaten ihre Kurzarbeitgeld nicht bekommen. Von irgendwas müssen die ja irgendwo leben. Das heißt, das ist ja alles problematisch. Das Personal ist meine Familie und Personal. Spricht das Personal mit dir und bitte um Hilfe, wenn sie jetzt kein Geld bekommen, keine Erte bekommen? Also, die meisten haben um die 800 Euro im Monat. Kurzarbeitergeld müssen ihr Haus bezahlen oder müssen ihre Wohnung bezahlen oder müssen ihre Miete bezahlen. Und dann bleibt zum Essen relativ wenig über. Da hilft ihr natürlich, aber das ist auch alles kein Zustand auf ewig. Ich besagte es immer am Ende des Interviews, was ich jetzt vergessen habe zu fragen, was noch wichtig wäre zu sagen. Eigentlich nicht, an dieser Zustand. Algen hat noch preguntado, was ich erkläre. Normalerweise hat alles erklärt mit dem, was wir gesagt haben, glaube ich. Da ist alles mitgesagt. Das heißt, die Situation ist so. Es ist ja auch ganz einfach, wenn du in eine Rutschbahn reinguckst, die leer ist, dann muss man sich ja doch auch in die Kategorie machen, wie lustig die Welt ist. So sieht es aus. Wir müssen nur sagen, dass wir alle gleich sind. Nicht nur ein paar Spiele, die davon benötigt werden, sondern andere Spiele, die nicht eröffnet werden. Das Einzige, was wir... Wir müssen alle gleich sein. Und das ist nicht... Das Einzige, was er verlangt, ist, dass nur die Antworten die gleichen sind. Wir haben es jetzt beispielsweise hier, da darf der eine da aufmachen, der andere darf da nicht aufmachen. Oder das sehe ich, oder hier, der eine macht auf, der andere darf nicht. Das ist nicht ganz unproblematisch, weil es natürlich auch Wettbewerbstechnik hinaus ist. Der Ayuntamiento de Palma ha ayudado mucho, está ayudando mucho en las... Por ejemplo, primera linea, están poniendo el doble de mesas. Doble de mesas. Y otros negocios no pueden abrir. A ver, como... Also, beispielsweise gibt es ja das, dass man teilweise bei den... In der ersten Linie den doppelten Terrassenplatz haben darf, da hilft man. Und in der zweiten Linie hat es eben nicht diese Hilfe. Das ist das, müsste es gleich sein, in irgendeiner Weise. Yo quiero que solamente hagan un poco de... Que podamos vivir todos, ¿no? Sollten alle irgendwann... Uno sí y otro no. Tú puedes comer, tú no puedes comer. Wir müssen alle, dass wir alle ein bisschen hier anfangen können zu arbeiten. Unabhängig davon fehlt hier auch, si puedo decirlo, falta una Attracción in Palma. Claro, muy bien. Was hier fehlt, ist eine Attraktion. Das heißt, diese Straße ist eine Attraktion. Und wenn die nicht existiert, sind natürlich auch weniger Leute da, die kommen. Si aquí, por ejemplo, un Megapark, un Bambuleo, un Bambuleo están cerrados. Yo sé que mucha gente me ha llamado y me han dicho, Miguel, si necesito, están cerrados, yo no vengo. Wenn die einen Megapark, un Bambuleo, oder ein Bierkönig nicht aufhat, rufen Leute an und rufen ihnen an, wenn die alle nie aufhaben, dann komme ich auch nicht. Was ja das normalste Welt ist. Das ist ja ganz klar. Und einige Reservierungen schon mit annulliert worden, weil es eben zu ist. Miguel, muchas gracias. A ustedes. Yo quería decir, muchos saludos para mis amigos alemanes. Er möchte Ihnen noch viele grüße. Que pronto estemos otra vez juntos. Es ist ja viele grüße an meine Freunde hier aus der Rutschbahn in Deutschland. Das sagt Miguel gerade. Und er hofft, dass wir bald alle wieder hier zusammen Spaß haben können. Si, señor. Están invitados a una copa. Alle eingeladen auf ein Glas Feltins. Alle eingeladen auf ein Glas Feltins.